Sie haben auch die Spieler der Führer gesehen. Haben Sie auch festgestellt, dass die dieses selbstbewusste Siegerlächeln immer im Gesicht tragen im Hotel? Nee, ich habe festgestellt, dass sie eigentlich so Milchgesichter haben wie Sie. Ja, an dieser Stelle sollten wir eigentlich gleich abgeben zum Reporter. Weil ich ja hoffe, dass wir noch eine spannende zweite Halbzeit sehen, da Sie das nicht hoffen, ganz offensichtlich. Sie sind der Experte. Betonung liegt auf Ex. Gehen wir jetzt weiter. Zweite Halbzeit mit...